Hallo Leute und recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sind wir mal wieder im ETS unterwegs und zwar auf der ProMods. Wir werden heute von Nürnberg nach Leipzig fahren und transportieren Motoröl mit insgesamt 14 Tonnen. Wir sind heute mit einer relativ schönen Scanner-Lackierung. Ich bin nie mal gefahren, habe aber dann den Mod nicht mehr gefunden. Ja, jetzt habe ich ihn aber doch gefunden und freue mich auf die Fahrt auf jeden Fall. So, wir sind jetzt in unserem Scania schon mal. Müssen wir erstmal der Charlie Küsschen geben und unsere Katze, die Mimi, hilft auch schon. Genau, mit heute dabei sind auch verschiedene Mods. Vielleicht hört man die gleich. Und zwar Rückfahrtton ist der heutige Mod. In der Beschreibung sind unten immer die Mods verlinkt. Dann würde ich auch sagen, starten mal Motor und fahren auch direkt los. Let's go. So, man hat gerade schon leichten Zwischen gehört. Also das ist schon mal so ein Fabriate-Bomod. So, natürlich haben wir hier jetzt unser Interieur. Ist jetzt auch orange hier. Oh je, hier sind schon direkt die Ampeln losgefallen. Kommt gerade niemand. Wunderbar. So, ja Leute. Es hat sich ein bisschen was auf dem Kanal verändert. Würde ich mal so behaupten. Und zwar haben wir seit neuesten die Monetarisierung freigeschaltet. Kommt. Also ich bin jetzt offiziell bei YouTube als Partner. Wir haben die 1000 Abonnenten geknackt. So, was ist jetzt? Ah, jetzt. Jetzt tut sich ein bisschen schwärm im... Vorwärtsfahren. Ich hab jetzt auch hier 14 Dinge. Ah. Jetzt hat... Ja, und seit neuestem haben wir auch die Kanalmitglitscher freigeschaltet. Also falls du da draußen mich gern unterstützen würdest, kannst du gerne mit einem Beitrag von 99 Cent, also es gibt drei Stufen, einmal 99 Cent, 1,99 und einmal 4,99. Kannst du mich gerne supporten? Wir sind in meinem Rückwärtsgang. Halt los. Jetzt hat... Jetzt hat... Ingenlich spinnt der heute ein bisschen. Hat, glaub ich, irgendetwas falsch eingestellt. Das kann nicht wirklich sein. Kannst du natürlich gerne ein kostenloses Abo natürlich auch gerne da lassen, falls du noch nicht abonniert hast, würde mich natürlich freuen und falls euch das Video bis hierher schon gefallen hat, obwohl ich hier irgendwelche Startschwierigkeiten habe, können sie natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, Kanamik-Geschaft ist jetzt relativ frisch, die haben wir erst seit 2-3 Tagen. Direkt ein Unfall, ja, oh Mann, oh Mann, fällt dir schon mal gut an. So. Dann fahren wir erstmal raus. So, irgendetwas spinnt heute, irgendetwas spinnt heute hier. Ich krieg halt, ich geb nur Gas, Leute. Oh, erstmal wammeln im Garten. Irgendetwas. Irgendetwas. Das kann ja nicht normal sein. Moment, Leute. Ich muss kurz gucken, woran es liegt. So, Leute, jetzt habe ich es aber richtig eingestellt. Ja, aber so ist es ganz normal bei mir. Ab und zu habe ich irgendwelche Anfangsschwierigkeiten. Aber mei, so ist es halt. So. Ich bin auch schon ein bisschen länger nicht mehr im ETS gewesen. Zuletzt, gut, weil das war Sonntag. Oder, ja, eigentlich nicht Sonntag kann man sagen. Es war Samstag in die Nacht. Nein, in den Sonntag. Kann man hier mal hin. Dann müssen wir mal rüber. Bis die ja das Gaspedal gefunden haben, ist auch schon Weihnachten. Naja, über was können wir denn so heute reden im Video? Ja, im letzten Video haben wir ja drüber gesprochen und zwar ging es das mit dem LKW, der ja zu hoch war. Das letzte Video verlinke ich euch mal oben. Der halt durch den Tunnel, der nur für, also in Deutschland ist es ja normalerweise so, 4 Meter ist die Mindesthöhe oder nicht Mindesthöhe, sondern gesetzlich 4 Meter. Und der war ja definitiv viel zu hoch. Der hatte da seine Kühlschränke oder was auch immer, was er da geladen hat. Naja, aber wir kommen heute auf das Thema mit den Ausstellenabsicherungen bzw. Polizeiabsicherungen. Sehen wir ja auch jetzt hier zum Beispiel. Gut, das ist in der Kontrolle. Aber ja und zwar ist gestern, also ich nehme heute das Video auf und zwar ist heute Dienstag. Morgen kommt es raus, also morgen Mittwoch. Jeden Mittwoch natürlich im Video. Ihr kennt mich. Ja und zwar Montag war es so, dass ein Pannen LKW, der ja einen Reifenplatzer hatte, was wir hier nicht so oft haben, also eigentlich relativ oft, weil meistens sind es welche aus dem Ausland, die ihre Reifen ja nicht wechseln unbedingt, obwohl sie es eigentlich machen müssten oder sollten. Ja und zwar hatte deren Reifenplatzer stand auf der Standspur, aber stand auch auf dem rechten Fahrstreifen. Also relativ blöd. Und unsere Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ja, ich bin gerade eben erst losgefahren. Wir sind da vorne los jetzt wieder. Ja und zwar ist dann die Polizei gekommen und hat dann den rechten Fahrstreifen vorübergehend erstmal gesperrt und auch dementsprechend natürlich auch abgekegelt. Da aber leider ein LKW-Fahrer, einen sogenannten Kurzschlaf, also sehr müde war. Leider, ja, die, die Unfall, also ja, Absperrung kann man soweit sagen, Unfallstelle, Pannenstelle, wie auch immer, ja, übersehen hat. Also auch im Endeffekt das Blaulicht von der Polizei. Ist dann natürlich dementsprechend auf das Polizeiauto aufgefahren. Und Polizeiauto, ich habe zwar Bilder, aber die sind sehr brutal, wenn ich ehrlich bin. Also das Auto, das hat, ja, durchgeschleudert, kann man so sagen, durchgeschleudert gegen die Leitplanke. Und der eine LKW ist halt dem anderen LKW seitlich, also auf der linken Seite. Hat ihm da dementsprechend auch einen guten Dämpfer gegeben. Das Auto, das ist total Schaden, ja, das Polizeiauto. Zum Glück ist den Kollegen nichts passiert. Ja, also, und das Ganze ist halt so, dass halt, ja gut, Polizeiauto. Hat ein Blaulicht. Vielleicht erkennt man das sogar ein bisschen schneller als, wie bei mir auf Arbeit mit einem orangenen Licht. Aber, wir sichern auch ganz oft ab. Und, sind jetzt auch derzeit am Kanäle reinigen. Also, Kuli Reinigung. Und ich habe natürlich auch die ein oder andere Punch Stelle, beziehungsweise Unfallstelle auch schon, dementsprechend abgesichert mit meinen Kollegen. Und wenn man halt eben sowas hört, oder auch die Bilder sieht, dann ist es auf jeden Fall schon ein krasses Gefühl, so. Ja, es ist, es ist zwar mein Job, und ich mache den auch echt gern, aber ab und zu, ähm, ja, lauern auch Gefahren. Natürlich. Das ist jetzt, wenn du jetzt in die Stadt gehst, über die Kreuzung, dann kann es natürlich auch ein, äh, gibt es auch vielleicht einen, oder, der halt besoffen ist oder so, keine Ahnung, über Rot fährt und dich halt zusammenfährt. Oder, wie auch immer. Aber, in der Stadt, fahren die meisten 50, sogar 30. Meistens schaut es sich auch noch, also jetzt in Großstecken. Ähm, und auf der Autobahn wird halt eine andere Geschwindigkeit gefahren. Da wird es dann, ja, bis zu 200 gefahren. Also meistens von den LKW-Fahrern, ja, nur 90. Jetzt müssen wir aber kurz gucken, dass wer rüberkommt zum, da rüber. Ja, eigentlich macht man das nicht, weil, aber, ah, ne, der Kollege sieht auch gut, oder? So. Jetzt hat's. Ja, dass da auch halt andere Geschwindigkeiten gefahren werden. Und, wenn du da einen 40-Tonner hinten rein sammelt, in deine Baustelle, dann, ja, sieht's dementsprechend dann auch anders aus. Ja, es ist nicht so einfach. So, Freistadt Sachsen. Eigentlich kann ich gucken, wie viele Kilometer wir noch haben. 24. 25. Also, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hab das auch schon öfters in den Films so ein bisschen angesprochen. Mei, es gibt immer Gefahren. Selbst wenn du zu Hause bist, kannst du auch leider an dem Herzinfarkt sterben, oder wie auch ohne. Deswegen, schwieriges Thema. Das ist, glaub ich, eher so ein Thema, so für einen Stream. Und da können wir uns dann definitiv ein bisschen besser so unterhalten. Statt jetzt hier in dem Video. Was wir auch noch heute hatten, und zwar Tunnelsperre. Also bedeutet, Tunnel ist dicht, keiner kann mehr durch. Und wir haben halt währenddessen ja, wie gerade eben schon erwähnt, Goodies gereinigt. Und wir hatten an der Einfahrt, hatten wir auch noch zwei Goodies. Tunnelsperre. Die meisten, die dann halt eben in die Einfahrt reingefahren sind, waren dementsprechend so schlau. Und sind dann auch wieder rückwärts. Oder auch einfach, haben einfach umgedreht und sind wieder rausgefahren. Also als Geisterfahrer. Und natürlich, wenn da jetzt so ein, ja, so ein 40-Tonner angerollt kommt und die Kurve war halt relativ unübersichtlich, weil wir erstens dort standen. Ja, zum Glück ist da nichts passiert. Ich hab, wir haben zwar das den Autofahrern auch mitgeteilt, dass sie sich da sehr, sehr strafbar machen damit. Denen war es aber das so wurscht. Bis auf einen, dem, ja der ist mit dem Hänger, das war irgend so ein Handwerker. Wir sind mit dem Hänger nach hinten, also rückwärts gefahren, halt wieder raus. Hat es aber nicht geschafft, weil wir halt eben erstens da standen und die Kurve, wie gesagt, unübersichtlich war. Also er hat nicht gesehen, ob da jetzt jemand von hinten angerollt kommt oder nicht. Und natürlich kam da jemand auch angerollt. Und ich stand im Endeffekt hinter dem Hänger und hab das auch so fast erst im letzten Moment ein bisschen gesehen. Weil, wer rechnet auf der Autobahn, weil da Einfahrt zur Autobahn, dass jemand rückwärts fährt. Ehm, irgendeinem Pkw. Okay. Dementsprechend habe ich dann den auch dann ein bisschen zu sauer gemacht, hab den ein bisschen angeschrien. Ehm, auch gesagt, dass das sowas nicht geht. Und er war auch relativ einsichtlich. Wir haben ihm gesagt, fahren Sie, bitte jetzt vor, warten Sie die fünf Minuten bis zehn Minuten, danach geht der Tunnel auf. Ja, in fünf Minuten ging auch dann der Tunnel auf. Dementsprechend, Leute. Das war es dann schon mal mit dem Video, würde ich sagen. Ich finde auch die Lackierung ganz geil. Und natürlich auch den Rückwärts-Sound. Den habt ihr ja noch nicht richtig gehört, den will ich euch einmal kurz vorzeigen. Also, das ist halt scheinbar, was ganz geil ist. Und einmal das Garnier-Logo ist auch ein bisschen anders. Eine andere Schriftart. Wie gesagt, alle Mods unten in der Beschreibung einmal verlinkt. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, würden wir natürlich über ein kostenloses Abo freuen, aktiviert die Glocke, um immer eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald ich wieder live bin bzw. sobald ein neues Video auf dem Kanal erscheint. An die Supporter da draußen, Dankeschön an die ganzen Kanalmitglieder, die die Tage bzw. die jetzt seit gestern reingeflattert sind. Und falls du auch da draußen Kanalmitglied werden willst, kannst du natürlich gerne für 99 Cent oder dementsprechend die weiteren zwei anderen Stufen Kanalmitglied werden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Bis zum nächsten Mal.